Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Heute möchte ich dir ganz gerne zeigen, wie man mit Make ein bisschen was automatisieren kann in Webflow. Und zwar habe ich auf dieser Webflow Trickkisten Landingpage immer wieder die Anzahl der Tricks stehen, die auch letztendlich im CMS in der Kollektion angelegt sind. Hier zum Beispiel über den Filtern auch, auf der Detailseite zum Beispiel auch in der Komponente drin. Und das ist natürlich eine Sache, wo man nicht jedes Mal händisch was Neues reinschreiben möchte, wenn man einen neuen Trick oder einen neuen CMS-Item-Eintrag eingelegt hat. Und genauso habe ich das auch auf meiner Online-Kursseite. Hier ist das gleiche Prinzip. Hier werden auch die Verkaufszahlen regelmäßig aktualisiert. Und es läuft nach dem gleichen Prinzip ab, wie ich es dir heute eben zeige. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, als Nicht-Webflow-User, okay, wenn du jetzt die CMS einmal öffnest und hier siehst du ja zum Beispiel in der Trickkiste sind momentan 37 Items angelegt. Auch in der Liste zeigt er eben 37 jetzt hier an. Warum kann ich diesen Wert mir nicht irgendwie ausspielen? Okay, erstens, verstehe ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, warum Webflow uns diesen Wert nicht zur Verfügung stellt. Vielleicht kommt es irgendwann in Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es solche Lösungen von FinSuite zum Beispiel, Count List Items. Das heißt, je nachdem, ob jetzt eine CMS-Liste auf deiner Seite auch ausgespielt ist, kannst du mit diesem Code-Schnipsel hier und der Einleitung eben das Ganze auch die Anzahl ausspucken. Hier zum Beispiel sind vier solche Teaser und dann kann man das auch so integrieren. Das ist im Prinzip ja genau das, was ich brauche. Das Problem ist, finde ich, mit der Sache, dass einerseits, ich finde, für diese einfache Funktion ist es sehr viel Code. Und dann ist das nächste Problem, dass das ganz gut funktioniert hier zum Beispiel an dieser Stelle, wo ich die Filter sowieso anlege. Das ist zum Beispiel mit dem FinSuite Attributes auch umgesetzt und da ist es auch mit integriert. Das heißt, da kann ich das ziemlich einfach auch ausspielen und mir anzeigen lassen. Das Problem ist nur, dass ich jedes Mal diese komplette Liste dafür eben integriert haben muss in der Seite. Und jetzt könntest du dir denken, okay, dann mach doch einfach eine Collection List mit überhaupt keinem Text, keinem Bild und sowas drin. Dann habe ich ja im Prinzip im Code nachher auch diese ganze Liste. Wenn wir jetzt hier mal reingehen und ich das hier einmal schließe, dann siehst du, hier sind hier ja überall diese ganzen List-Items drin. Und das könnte ich ja auch so machen, nur eben leer und dann würde er ja einfach die einmal alle zählen. Aber ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht wirklich eine schlanke und saubere Lösung. Gerade wenn du zum Beispiel auch über 100 Items hast in der CMS-Liste, dann wird er ja auch maximal nur 100 eben an der Seite anzeigen. Und dann geht die Lösung hier jetzt auch nicht mehr. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das werden vielleicht mal über 100 Tricks. Und deswegen kann ich das auch ganz gut anderweitig lösen. Und dann muss ich mir auch nicht extra irgendwie so eine leere CMS-Liste irgendwie auf die Seite integrieren. Hier ist es okay. Hier muss ich sie ja sowieso abfragen und integrieren und filtern. Aber sonst bei den Detailseiten hier zum Beispiel habe ich die ja gar nicht drin. Und dafür brauche ich dann eine andere Lösung. Also, wie geht man da vor? Am besten legst du zuerst mal eine neue CMS-Kollektion an. Dann machen wir jetzt mal Anzahl. Und hier machen wir einen Namen. Das passt auch. Dann haben wir einfach nochmal ein Nummernfeld. Zack. Dann machen wir mal Anzahl als Überschrift. Und da sollen wir nachher die Nummer reinschreiben. Und das macht Make. Und jetzt können wir das Ganze mal erstellen. Create. Und jetzt legen wir auch schon mal ein Item an. Weil das brauchen wir auch. Das rufen wir gleich ab. Anzahl der Tricks. Und hier schreiben wir einfach erstmal nichts rein oder eine Null. Machen wir Create. Und das war es eigentlich im Prinzip erstmal. Ja, die liegt jetzt hier. Die ist ready for publish. Ich würde es zur Sicherheit auch einmal publishen, damit das Ganze eben jetzt von Make auch ausgelesen werden kann. Jetzt gehen wir mal rüber in Make. Und hier siehst du, habe ich schon allerhand verschiedene Szenarios eben angelegt. Da findest du auch diverse Tutorials schon bei mir auf dem Channel. Wir gehen jetzt hier mal auf Create a new Szenario. Und können jetzt hier mal Anzahl. Eine logische Benennung, damit du eben weißt, was für ein Szenario das hier ist. Als Trigger benutzen wir jetzt natürlich Webflow. Hier siehst du, wird eine ganze Liste an Apps und Software angezeigt, die wir jetzt verknüpfen könnten. Wir geben hier unten in der Schnelligkeit halber mal Webflow ein. und können genau das dann auswählen. Und als Ausgangspunkt nehmen wir jetzt erstmal das Item, also diese, was wir gerade erstellt haben mit der Anzahl. Get an Item, was wir uns hier als Startpunkt aussuchen wollen. Dann könnten wir manuell die ID eingeben. Wir machen das jetzt mal bei Selecting. Dann ist es ein bisschen visueller und einfacher zu verstehen für dich. Es handelt sich also um diese Seite. Genau die drei Seiten habe ich für Make freigegeben zum Automatisieren. Und dann gehen wir in der Collection, die wir gerade angelegt haben, da unten. Und falls du mal sowas hier siehst, wie so ein Typofehler, ist kein Problem, wenn du jetzt Plural-Singular mal später wieder verbesserst in Webflow, wird das alles beibehalten, was du hier in Make anlegst. Er wird das dann entsprechend updaten. Und es geht um dieses Item, Anzahl der Tricks. Okay. Dann ist hier noch so eine Uhr. Das heißt, er fragt, wie oft soll er denn dieses, das überhaupt abspielen oder ablaufen lassen, das Szenario. Und hier könnte man sagen, okay, es soll alle 15 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie es bei dir auch eine Rolle spielt. Bei mir ist es so, dass ich das vielleicht einmal im Monat eigentlich update, ja. Ich könnte jetzt also sagen, ich mache das jetzt mal every day und sage, okay, so wann mache ich Feierabend? So ungefähr so 17 Uhr. Das heißt, danach sollte er einmal checken, habe ich ein neues Item in die Webflow-Trickkiste angelegt. Und dann kann er das hier neu durchspielen, das Szenario, ja. Und das heißt, das macht er einmal am Tag, das reicht mir. Und der Grund ist, warum ich das jetzt nicht irgendwie alle 15 Minuten machen lasse, weil das natürlich auch sozusagen, wie soll man sagen, Bandbreite nutzt. Also Make schickt oder tauscht ja Daten aus zwischen Webflow und Make. Und das zählt eben zu deinem Account-Pricing hinzu. Das heißt, man muss es jetzt nicht irgendwie exzessiv die ganze Zeit checken, weil ist ja auch egal. Also es wird ja jetzt nicht so oft bei mir aktualisiert. So, das nächste wäre jetzt, dass wir auch wieder in Webflow erstmal die List, also die Items uns holen wollen, die wir auch zählen möchten, ja. Retrieves a list of items for a collection. Ich glaube, das ist das hier, List Items. Machen wir jetzt einfach mal. Gucken, kann man ja auch wieder by selecting auswählen. Und ich glaube, das ist das. Webflow Online Kurs. Jetzt müsste es diesmal um die Trickkiste gehen. Genau, die wollen wir ja zählen. Und hier unten ist jetzt ein Limit. Da steht momentan zwei drin. Und je nachdem, wenn du schon ungefähr abzählen kannst, ja, wie viel es vielleicht mal werden. Bei mir ist es jetzt so, ich ziele ja so auf 100 ab, deswegen gebe ich jetzt mal 100 ein. Er wird also nicht mehr als 100 zählen nachher. Die Frage ist, man kann hier nicht an Limited eingeben. Und sollte man jetzt auch nicht irgendwie einfach so 1000 eingeben, weil es natürlich auch die ganze Zeit dann Anfragen und Verarbeitung macht zwischen Webflow und Make. Es ist natürlich auch so, man bemerkt es ja auch, wenn jetzt irgendwie es später doch mal mehr als 100 werden in der Anzahl, dann weiß ich ja, okay, irgendwie steigert sich das nicht. Dann kann ich hier nochmal reingehen und die Anzahl erhöhen. Aber das ist sozusagen einfach nochmal, glaube ich, so ein bisschen Sicherheitslimit, damit wir jetzt nicht hier irgendwelche sinnlosen Anfragen an Webflow schicken. Okay, dann machen wir mal okay. Und jetzt brauchen wir als nächstes, also wir haben jetzt die Liste von den Webflow-Tricks und jetzt wollen wir auch wieder in Webflow ein Item updaten. Genau, hier updaten, Existing Item, Seite, Online-Kurs. Genauso brauchen wir jetzt wieder die Anzahl, ja, die haben wir auch rangelegt. Und da wollen wir jetzt dieses eine Item, was es hier gibt. Und als Name müssen wir es eintragen, ich kann es nicht leer lassen. Dann nehmen wir jetzt einfach den gleichen Namen, den wir auch schon gegeben haben. Und dann wird es immer so heißen, das wird also nicht überschrieben, Anzahl der Tricks. Und jetzt wird es spannend, bei Anzahl steht ja momentan 0 drin. Hier wollen wir jetzt also was reinmappen, und zwar von der Liste hier. Und da siehst du, gibt uns Webflow hier Total Number of Bundles zur Verfügung. Ich weiß nicht, warum es hier geht, aber sonst im CMS können wir es irgendwie auf der Seite nicht abrufen. Das habe ich eben ausprobiert und das funktioniert. Also das ist die Anzahl an Elementen, die ihr quasi hier in der Liste erkennt. So, das wähle ich aus, und das wird ihr jetzt hier reinschreiben bei Anzahl. Und dann können wir jetzt hier Archive, Draft, aber können hier nicht das direkt publishen. Das heißt, wir müssen noch einen weiteren Schritt hinzufügen. Das Lack können wir einfach leer lassen, da wird er den standardmäßig dann drin lassen, der schon steht. Und dann brauchen wir noch ein Item quasi, um das Ganze einmal zu publishen. Also jetzt hier wieder nicht Update, das haben wir ja gerade, sondern Publish an Item. Und jetzt geht es darum, einfach das genau nochmal auszuwählen vom vorherigen Szenario oder vom vorherigen Modul. Und dann müssen wir das hier einmal auswählen. Und lassen das hier einmal laufen. Und jetzt siehst du gleich eine Sache, die problematisch sein könnte. Und zwar, dass er jetzt hier ein, er zählt jetzt quasi durch, er hat eins und updatet das Item. Also, ja, und Publish das dann auch direkt. Er ist ja jetzt also einmal durchgerattert. Und wir checken jetzt mal in Webflow und laden die Seite neu, ob er das auch wirklich jetzt 38 entsprechend hier reingeschrieben hat in das Item. Und das Item auch veröffentlicht ist und wir nicht das wieder manuell machen müssen. Gehen also wieder in die CMS-Kollektion, oben Anzahl. Published ist es schon mal, sehr gut. Und 38 steht drin, super. Und dadurch, dass er jetzt jedes Mal das machen würde, einmal am Tag, und wenn du mal hier 1000 drin stehen hast, dann wird es natürlich ziemlich viel Daten sein, was hier immer neu aktualisiert wird. Das heißt, wir könnten ihm einen Filter hier dazwischen geben. Und der sagt, dass, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn Anzahl an Tricks sich erhöht haben, ja, das heißt, wir wollen jetzt diese Total Number of Bundles, und die ist ja momentan 38, die kann er also auslesen, wenn die hier greater, greater, gibt es irgendwo greater, ja, greater than, und jetzt könnten wir hier eingeben von unserem ersten Item, ja, als das, was schon in der Anzahl drin steht. Das heißt, wenn hier 38 drin steht und er checkt danach die Liste, okay, die Liste an Webflow-Tricks, und da ist jetzt nicht neuer hinzugekommen, das heißt, es sind nicht 39, die jetzt im Bundle stehen, dann wird er auch nicht weitergehen und die wieder einmal am Tag aktualisieren. Es gibt bestimmt auch einen Weg, wie man dann sagt, okay, er soll dann nur die, weiß ich nicht, die neuen zählen und dann erst publishen, kann auch sein, keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal so gemacht, der dürfte das jetzt also nicht machen, genau. Er geht jetzt nicht weiter und updatet das Item, weil wir eben hier diesen Filter gesetzt haben. Und um das zu testen, dass das eben auch funktioniert, gehen wir jetzt in unsere Trickkiste. Ich habe ja schon mal einen Test nochmal angelegt und mache jetzt aber nochmal ein neues Item rein. Ich hoffe, das kann jetzt gerade keiner sehen. Publishen das Ganze. Und jetzt gehe ich hier nochmal in das Szenario rein und jetzt siehst du, wird er erkennen, okay, es gibt jetzt mehr in der Liste, also nicht mehr 38, sondern 39 sind jetzt angelegt und deswegen tickt er die jetzt einfach nochmal durch. Und das ist so die Lösung gewesen, dass er jetzt nicht, weil ich wahrscheinlich nicht regelmäßig da neue Sachen hinzufüge, hinzufüge, sondern einfach mal einmal im Monat mache ich irgendwie fünf bis zehn neue Items hinzu an einem Tag und dann kann er das einmal nochmal durchrattern. Und jetzt gehen wir mal rüber in Webflow und schauen, wie wir das Ganze jetzt abrufen, integrieren könnten. Einmal habe ich ja hier jetzt eine Komponente, was quasi den Button und auch die Anzahl enthalten soll, damit ich auch die Verlinkung zum Checkout nicht immer überall aktualisieren soll. Der wird ja auch hier unten nochmal eingefügt. Und das heißt, hier könnte ich das Ganze jetzt über tatsächlich direkt die Collection List wahrscheinlich machen. Also wenn ich jetzt hier in die Komponente gehe, kann ich hier ja auch eine Collection List quasi einfügen. Jetzt will er einmal wissen, okay, um welcher es sich überhaupt handelt. Sollen wir jetzt hier in Settings gehen. Source. Können wir hier Anzahl. Und jetzt können wir hier einmal reingehen und das zur Sicherheit halber, falls das doch mal irgendwie eins wird, können wir hier auch nochmal sagen, wir wollen die begrenzen. Hier Limit Items auf eins. Also wirklich nur eins anzeigen. Und dann können wir hier jetzt einfach ein Text Element reinmachen. Und dieser Text Block hat letztendlich ja Daten aus der Collection List. Und zwar Webflow Trick ist der Anzahl. Anzahl. So, steht jetzt hier im 30. Passt. Und das Ding soll ja jetzt hier an die Stelle, wo der Pfeil zum Beispiel ist. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alles, was hier ist, hier in die Collection List reinschieben. So. Das ist genau wie vorher auch. Beziehungsweise das hier. Tricks by CDR Component. Müsste ich hier reinschreiben. Damit ich hier auch das Vertikale mit dem Spacing einfach wieder habe. Könnten wir hier einfach das rausnehmen. Und jetzt könnte ich dieses Element hier nehmen. Weil das jetzt in der Collection List drin ist, verwenden, um hier eben entsprechend die Anzahl reinzuschreiben. Das macht er jetzt auch hier live. Das heißt, ich brauche es nicht von da unten. Und die Komponente habe ich hier unten jetzt zum Beispiel auch eingefügt. Beziehungsweise könnte ich hier einfach mal einfügen. Und das wäre dann im Prinzip genau das Gleiche. Hier würde die Zahl drin stehen. Kann ich auch noch auf mehreren Seiten verwenden. Also das ist schon mal cool. Hier ganz oben würde ich jetzt ehrlicherweise bei den Filtern würde ich es einfach so lassen. Da würde das über FinSuite Attributes ja eh abgerufen werden. Und die Kollektionsliste ist ja auch daneben. Das passt also für mich. Und hier oben würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass wir hier einfach eine Collection List integrieren. Weil am Ende hast du hier einfach nur drei Diffs verschachtelt, die letztendlich nicht sehr viel mehr im Aufbau mich irgendwie stören. Und deswegen würde ich sagen, ist hier wahrscheinlich das Einfachste, das so zu machen, das Element hier dann reinzuziehen mit dem Zeichen. Und dem aber dann zu sagen, get text from Anzahl. Und dann steht es hier auch immer gleich live drin. Vielleicht einfach nur das Text Element, also das hier jetzt einfach zu einer Komponente hinzufügen, wäre auch nochmal eine Variante. Dann kann man es einfach in verschiedenen Stellen verwenden und muss nicht jedes Mal eine neue Collection List hier aufziehen. Aber genau, so kannst du es machen und veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal.